Willkommen zurück. Wir sind bei Teil 3 unserer kleinen Videoserie über befristete Arbeitsverträge, Mindmap oder Mindmaps zu bekommen unter spaßlein-shop.de. Wir sind bei der Befristung mit sachlichem Grund. Die Rechtsgrundlage, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, TZBFG, oder wie ich im ersten Video auch schon ergänzend gesagt habe, dazu die Vertragsfreiheit. Denn im TZBFG sind beispielhaft Gründe genannt. Anerkannte sachliche Gründe im 14 Absatz 1 TZBFG sind sie genannt und hier sind sie. Die Aushilfe, die Vertretung, z.B. für Krankheit, Mutterschutz und Elternzeit, die Erprobung des Arbeitnehmers kann ein sachlicher Grund sein. Saisonarbeit, also Messe z.B. oder Ernte, Forschungsprojekte, auch das ist ja aus der Natur der Sache zeitlich befristet, irgendwann ist die Forschung beendet und man hat hoffentlich Ergebnisse. Kulturelle Austauschprojekte, ABM-Maßnahmen und der Wunsch des Mitarbeiters. Und hier finden Sie die Möglichkeit, wenn Sie einen Mitarbeiter einstellen wollen, befristet, der vorher schon mal irgendwann im Unternehmen gearbeitet hat. Sie erinnern sich an Teil 2, da haben wir gesehen, zwei Jahre darf man ohne sachlichen Grund, aber unter der einschränkenden Bedingung, es muss sein, eine Neueinstellung. Jetzt hat der Mitarbeiter aber schon mal vor zehn Jahren bei diesem Unternehmen gearbeitet, dürfen Sie also ohne sachlichen Grund nicht mehr einstellen. Jetzt können Sie ihn mit sachlichem Grund einstellen und zwar auf Wunsch des Mitarbeiters. Das ist die Chance, diese sehr unglückliche Regelung im 14 Absatz 2, das steht im 14 Absatz 2 des Teilzeitbefristungsgesetzes zu umgehen. Mehrfachbefristung aus sachlichem Grund, wie lang darf man das jetzt eigentlich treiben? Nun, die Handbücher und die Praxis und die Rechtsprechung sagt maximal dreimal. Natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter, völlig klar, wenn der Arbeitnehmer sich das also gefallen lässt, können Sie das auch 16 Mal machen. Aber dreimal ist so eine Schmerzgrenze, sonst riskiert der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer klagt auf Feststellung, das ist dann eine Feststellungsklage beim Arbeitsgericht, dass ein unzulässiger Kettenarbeitsvertrag besteht. Das ist dann seine Argumentation und da haben Sie als Arbeitgeber dann Schwierigkeiten, wenn Sie länger als dreimal befristet haben mit sachlichem Grund. Okay, das war es zum Thema mit sachlichem Grund. Mindmap unter spaßlendenk-shop.de. Gehen Sie dann bitte in der Leiste oben auf gratis herunterladen, so heißt der Button und dann finden Sie die Mindmap als PDF zum Herunterladen. Alles Gute, im nächsten Video schauen wir auf die Folgen unwirksamer Befristung, das heißt, wenn man irgendwelche Regeln, und wir haben gesehen, die Regeln sind sehr eingrenzend, verletzt hat, was passiert da mit dem Arbeitsvertrag. Bis gleich.